Mindener Tageblatt Für die Straßenbauer der städtischen Betriebe Minden riecht der Frühling nach Asphalt. Tonnenweise bringen sie die schwarze Masse auf die vom langen Winter geschundenen Straßen der Stadt. Die städtischen Betriebe Minden sind hier in diesen Tagen an der Steingrottstraße in Dankassen und beseitigen dort die Schlaglöcher, die sich im Winter gebildet haben. Dazu fegen wir die Schlaglöcher aus, spritzen die mit Haftkleber an und bauen dann Asphalt 05 Heismaterial ein, verdichten das und so werden die Löcher dann erstmal für die nächste Zeit zugemacht. Zwei Viererteams sind zurzeit im Einsatz. Wir sind jetzt in den nächsten 1-2 Monaten mit der direkten Schlaglauchbeseitigung zu tun und werden dann größflächige Decken-Erneuerungen auch noch durchführen, die auch durch Schäden im Winter entstanden sind. Zwar entstehen auch in der warmen Jahreszeit Straßenschäden, der Winter setzt den Belägen jedoch härter zu. Das ist durch den Frost-Tauwechsel, den Sie an den Straßen haben im Endeffekt, dadurch, dass der Untergrund weich wird und das Feuchtigkeit eindringt und der Frost dann den Asphalt hochdrückt und es zur Abplatzung kommt. Dadurch sind wir im Winter natürlich mehr am Gang. Im Wintermonaten arbeiten wir dann mit Kaltmischgut und im Frühjahr, wenn die Mischwerke wieder Asphalt produzieren, dann arbeiten wir mit Heißmaterial. Kaltmaterial können Sie bei jedem Temperaturen verwenden. Es gibt eine lose Ware und es gibt eine Eimer Ware. Und bei dem Heißmaterial, da müssen Sie eben eine gewisse Temperatur haben. 120 bis 160 Grad sollten Sie haben das Material und es ist halt stabiler, hält länger. Kaltmischgut 100 Euro Vielen Dank.